Eine Kollegin hat mir erzählt, sie war bei ihren Schwiegereltern und immer wenn sie da sind, dann kommen so die Schwiegereltern und sagen so, ach, könnt ihr mir nicht irgendwie mal das und das zeigen? Und sie haben mir gesagt, nee, heute ist Sonntag, heute hat das Internet geschlossen. Und zwei Wochen später, sie waren wieder zu Besuch und dann so, ach, das können wir ja kurz im Netz nachgucken. Und es war wieder ein Sonntag, dann wurde ich so, wie, hat sich das jetzt geändert? Es ist jetzt sonntags geöffnet. Und dann haben sie erst gemerkt, oh, okay, Digital Divide gibt es wirklich und da sollte man keinen Schabernack damit treiben.